Jo, ähm, an er wurden aus Schöne Guden, dann, ja, das ist ein bisschen Zeit vergangen, schon tatsächlich mal die Funde, den dann, macht man zockt. Beim ihr erste neue Encompanion 4 stellen, schopfen, dass das mit ihm noch etwas geht. Ähm, das ist ganz einfach, der Molmärsch hat ja nur noch mit dem Geschwärzten, weil ich irgendwie ein bisschen Pist gewischt habe, weil ich irgendwie, es hat keine Funde gemacht und dann auch die Sache da, wo ich dann über den YouTube-Litzenbuch geschwäht habe, und das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ähm, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Es hat mir tatsächlich nicht gefallen. Schon gut, wir werden auch bei mir und bei einer Welle gewischt, aber es wird tatsächlich nicht so gewischt. Der Wings, dass über so shit happens. Ähm, per Zipfel und jetzt aber, ich fand es. Wo man noch viel zockt, wo ja auch da ganz gefällt hat, worüber ich den YouTube-Litzenbuch ein bisschen maggekommt hat. Jetzt steht dran, Special Guest, den Lerderlog schon kennen. Ähm, das ist ein ganz vieles Mann, und spielt auch schon ein bisschen wie lange Star Wars. Ähm, ja, ich hoffe, dass es mit dem ein bisschen besser geht, wie gesagt, der Molmär. Der hat, äh, der hat mir nicht gefallen. Sollte, wenigst, wir werden auch noch ein bisschen zerfetzt haben. Ähm, Dinge, ich habe nur gerufen, aber, ja, whatever. Das würde ich auch noch nicht interessieren. Also, ich fahre einfach mal zurück. Und dann auf Tatooine. Ähm, ich habe den in Assismengen zwei Niveau in Assismengen. Ich habe den Inquisitor, was cool ist, kann ich mich heilen. Und dann, warte, warte, wenn wir mal aus Tatooine kommen sehen. Dann lade mich, äh, warte, dann kannst du vier Stellen direkt. Äh, ich taue da mal so ewig an den Dach, das nervt mich. Ähm, ich hoffe, dass mich der Schlau, dann, ähm, das trauere ich auch, da verdiente Spaß, um zu gucken. Aber, ja, es ist ja schon mal geworden, ich muss ja schliess YouTube-Money machen. Du wirst ja, ich bin echt gut, ich bin echt gut. Ein guter Special Guest, wo hat noch, wo hat noch, wo hat noch ein bisschen? Ähm, Tatooine, warte ich dich gern, und Tatooine, warte ich dich gern, und Tatooine. Tatooine, warte ich dich gern, und Tatooine. Ja, wie gesagt, ähm, Car City Stories. Das furcht mich mal, ähm, mal gemacht und war cool. Ja, ja, shit happens. Ja, äh. Okay, da kommt noch mal aus. Ich habe Quests bis nach 4 gemacht. Die hat schon am Hammergrund klicken. Ich kann mal gucken. Wie gesagt, dann darfst du noch mal 4 stellen. Willst du noch einen neuen Kollegen spielen? Ja, hallo, hallo. Sind wir hier drauf? Ja, da warst du drauf. Ja, ich bin Malmö. Malmö. Ich bin ein Star Wars Fan. Ich habe schon gesehen, ich habe alle Filme 7,6 Mal gesehen. Ich wollte keine Kinder gucken. Ich habe einen Klick hier drauf. Ich habe immer so geil. Dicke Niesel. Cool, oder? Ei, ei, ei. Wir sind zwar tatsächlich auf Reaktionen gespannt, wo dann 1 Woche Lampiere am Start kommen. Wir sind tatsächlich gespannt. Boah. Ich muss mal noch sprechen. Wer dann? Die sagst du, das ist ich gegen Heelen und so weiter. Da muss ich erzählen und dann kann ich auch genau gucken. Ha, 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 ha. Dannöl mal, ha, 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 ha. Ou mann voll,ホol, ach ju ich, ich muss jeden her MOM conseguieren. Cuz mal listen, Persönlich, die haben sich die Leute dabei. Das kommt oftt. Was bedeutet viele da 115? Wie mit dem Niveau die wir spielen? Wenn wir uns sehen, sind Sie 26, und wir haben 31. Das ist ja so ein paar Pizkur mit Kaffee und Tei. Ja, so angefangen. Man ist die Frau, der stirbt mit der Spiele. Bei den Schatzspielen war es gut gewirrt. Schnell, danke. Ich meine, die beiden wärst du bestanden. Ich war immer schon der größte Fan von dir. Von dem mit Let's Playen. Und du bist wirklich froh, dass du auch immer der F-Mottmann. Und für sich jetzt schon anzuschleimen. Oh, wie schlecht. Oh, wie schlecht. Wie schlecht. Ich habe das wohl ganz schlecht. Du musst auch am Klick klicken. Genau, genau. Oh, herrlich. Ja, aber das Beste, was ich eben das Proposieren tue, das ist mit Mark schon direkt, du musst aufhängen mit Lachen. Ich konnte mich, ja, wie soll ich das tun? Ja, du. Das hat eigentlich schon ein bisschen mehr Lachen. So, ich weiß nicht, nur 50, 20 Minuten ungefähr musst du kommen, und ja. Ja, aber im Moment, dass du das Mentor einfach. Ja, aber ich noch ein bisschen improvisiert. Dementsprechend hast du es voll ein bisschen kurzgehend. Ja, das fängt doch der Beste. Eben. Das schmeckt eigentlich, dass du gespielt hast. Und sie hat doch genau 20 Minuten gedauert. Ja, noch. War zu den vierten, die hast du schnell gerendet oder schnell runtergesetzt. Wir hatten zwei Luststreifen, die sind aber trotzdem genau 20 Minuten gedauert. Wie das soll sie nur. Oh, super. Ja. Komisch. Ach nee, das ist ein Imperial, ich wollte durchzulutschen, wenn du greifen. Scheiße, muss heim, muss heim, muss heim. Ja, ja, ihr habt ihr seid, feierst du doch. Eieiei. Ah ja. Na gut, geht das einfach gut. Ja. Wenn nicht immer alles gelebt, was ihr so heim gesagt habt. Nein, das ist schon gut im Internet. Ja, ich hoffe, das wäre ein Schoengleier gewesen. Ähm. Dann am Vielfalt kommen auch da schon so, wenn die Leute dann. Ähm. Sachen da schreiben, dann. Ähm. Versuchen, meine Skritte dann rauszuhalten. Vielleicht noch so zwei, drei Gerüchte da streuen dann heim und da. Aber. Ich muss nicht hin. Das sagen wir das selbsten da rauszuhalten. Na gut, wir selbsten da. Bei mir wird 20 Likes machen wir sogar separat ein Video drüber. Oh nee. So ein Joker-Masik und dann treffen wir uns eigentlich. Und da sprechen wir drüber. Oh nee, das ist mir da verbunden. Hallo. Bam, 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 bam. Ach, das wäre es zwar. Von meinem. I believe I. Without a face. Wenn du den Fragen drüber drinnen hast. Nein, nein. Der ist mittlerweile mir oft schon heiß und mir öfter schon an der Kummer. Ah, okay. Ja. Ja, also. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Äh, hi. Auf der Seite. Wie heißt das, dass ich die Quest schon ein bisschen oft gemacht habe? Ah ja, ähm. Wo wir eigentlich schon bei der letzten Sascha waren. Das ist Team Somerset, oder? Ja, das ist Team Somerset, okay. Äh. Ich hatte mal pur, äh, pur Spieler-Kauf. Nee, dafür, Mensch, käfst du, Spieler. Äh, ich hab's wohl, sie sind ballisch. Zweitens, sie ballisch. Äh, drittens, ähm, sie sind ballisch. Mach ich nur, weil ich einfach, wahrscheinlich auch dumm sind und ich nicht, sie sind einfach, äh. Oh, Leikman-Stopp. Das ist ja logisch, Italien. Oh, Peter! Tarsien gestört. Ich kenne es schon mal. Ich kenne es schon länger immer. Schau, ich habe ihn nicht. Aber wir kackt gerade. Ist ja okay. Äh, erneut, was ist ja logisch, ist das? Äh, ja. Final Fantasy Facing, also in eine neue Weitung rausgekommen. Okay. Und die kriegst du noch bei Steam zu kaufen. Und dann wollte ich mal die kaufen, aber das Team kriegst du aber, dass die kaufen, wenn es doch, äh, original. Also. Also. Also, ich weiß nicht, wie das geht, Mann. Ja, das sind die beste, die beste Menschen, die zuhren. Ich mache 9.800, das wird's auch quätschne. Ich bin immer 6.000, das ist. Oh, fuck. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, was du... Ich meine, okay, die zuhren. Ich komme, ich komme. Ja, aber ich komme, ich selber rum und das hier geht, Colin. Ja. Ja, okay, ja. Und bei Steam wollte ich mal kaufen und, äh, ja. Du nehm, du kannst du noch nicht, dass du auch muss, das Original-Spiel muss bei Steam kaufen, für die Weitung zu kaufen. Und das ist nicht gemacht, du musst auch das Original-Spiel nicht kaufen. Mir geht nicht so, dass, dass, äh, das Spiel ist. Doch, mich hat das Demos, sagst du, als, äh, als Kösch kaufen. An Botech, Mensch. Ja, 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 bei, das neue Spiel, ja. Nee, ne, ne, wenn du bei Steam willst, dann, da weiter und rufteln. Steht lieber Klo dran, dass du muss auch bei ihnen, das Hauptspiel kaufen. Das ist ja schwachsinnig. Sorry, nicht, das ist schwachsinnig. Das Team. Okay. Ja, das ist ja, das ist einfach, ne, der andere Spiel, ne, ganz kaufen. Weil, wenn du nicht bei Steam, das hier schlägt, dann, um zwei Zeitpunkt, ganz ruhig, wenn ich will. Das sind vierte, das. Ja. Und vielleicht ist dein Steam-Account, dann, dementsprechend. Funktioniert nicht. Weil, so, so nicht wenigstens, bin ich, äh, eben, kaputt, weil, äh, So musstest du dafür. Ne, ne, aber, schon musst du nicht, äh, heimust du. Ähm, nicht, dass ihr, aber ganz einfach, ich muss nämlich, ähm, Ähm, zwei, zwei oder drei Spiele hat schon so geprüft, die funktionieren, so, so ein Problem. Da ist eine Reihe. Aber in anderen Spielen kann ich nicht so richtig entlaufen mit dem Abholen. Ich musste gucken in der Stadt, dann muss ich irgendwie erhöht werden. Mit Abholen? Ja. Was ist der Graf, was geht? Ähm, so ein bisschen Point-and-Click-Adventure, wo es ein bisschen muss überlegen. Das habe ich auch schon gesehen. Und, ähm, ein bisschen so, ähm, evaluierend, ähm, Spiel, wo auch noch kein bisschen emotional geht, wo es auch eine richtige Entscheidung muss treffen. An, ähm, etwas, äh, wo nicht mehr geballert wird. Anscheinend, aus der ganzen Serie, das beste Spiel für Ego-Shooter. Aus der ganzen Serie. Es gibt irgendwie so einen immens, dekadant witzischen Multiplayer-Apps dabei. Du kannst hier ein mega geile Multiplayer. Du, 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 du kannst hier mal schauen, da, du, du kannst hier mal schauen, ob ich jetzt auch noch selber könnte. Da hat es mich schwierig, wahrscheinlich. Du, du, du musst, äh, muss ein Bakterien-Bass, geil, und dann, ähm, eine Bakterie muss frieren und dann auch noch mit groß gehen. WTF? Ja, das ist echt geil. Du kannst sie stehlen, du kannst sie Virus filtren, wenn ein Virus dann, wenn es wirklich ein Haus relativ groß ist, Und wenn du nicht explodierst, dann explodierst du den Mott, dann kannst du den Ding komplett abfrieren, dann kannst du den Ding komplett abfrieren, dann kannst du das nicht so gut machen. Putain, was ist die Musik immer noch lauf? Fly. Fly vom Sugar Ray. Ohlala. Ich kann nur Fly like an Eagle. Fly like an Eagle, da 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 da, Fly like an Eagle. Fly into the future. Kannst du das Lied? Ich hab, äh, ne. Ich hab, äh, ganz interessantes gelernt. So, ja. Mit dem Lied, äh, Tell me why I don't like Mondays when the Boomtown rats cant. Okay. Das ist die Geschichte. Ich glaube, das wäre so ein, äh, Pseudo-Anti-Mendish-Lied, von der, die, 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 die... Monday, Monday, thanks to that. Nee, Tell me why I don't like Mondays. Ah ja! Tell me why! Also lieber nur so Mainz im Radio, für, weiß ich, keine Ahnung, steht. Man sieht, dass das einfach, äh, Geschichte von einem sehr schöner Mädchen, weil er in Amerika auch glaubt, ob ein Mainz ist und, äh, quasi, äh, viel Kammerschuss jetzt. Ah, okay. Das war wohl interessanter, tja? Ich hab doch von's. Ja, ja, ja. Ah, äh, 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 genau die Diskussion. Okay, Lars, die Diskussion wahrscheinlich schon wieder über mich bei uns, dass ich nach voll am Gangen, ähm, wo ihr denjenigen, ähm, an, äh, Amerika, ähm, eben ein Trebelle-Fandel und Lut gehalen wird, als er für Leute ausschoss wird. Trebelle-Fandel? Wenn sie, äh, 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 ob, ob der Gay-Parade, der, 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 der Dildon droppt? Neee, was die f*** Nee, nee, denn du kommst für die Fendel Von der Südstadt Ja Siehst du, wo du in den Kirsch gehängst und die Leute umgemerdet wird Ok, komm schon mal, egal Ja, geil, und du könntest, geil, hätten die noch poseuert für drinnen und amerikanische Fendel mit Stars and Trumps verbrannt Ja, die sind so Ja, aber die Fendel ist rassistisch Geil, die Fendel, geil Geil, du möchtest als Schwarze, um zu Sklaven Und hier, du, boah Und ich spruchte jetzt, Mönche bringen Menschen Geil verhandeln Genau wie Waffe bringen Menschen Mönche bringen Menschen Ganz richtig, ganz richtig Wie darf man gleich da mal eins zu sehen? Das ist doch die ganz, ganz Polemisch, wie du hier überdenkst Von der enger Frau Madame Polizistin Die du, die du auch denkst Leider gott sie gestorben hast Ja, der Typ, den hat doch Geführerschein mehr gehat Den hat doch nie mit dir auf dem Auto fuhren Den, 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 den Die muss liebens lang nicht kriegen Liebens lang nicht Nehmen auf die Daufe Und das fand doch ganz schön, dass die die gute Frage stellen Also, das kann das weiter Ja Die muss ja wohl auch kein Orde kriegen Die muss ja nicht in der Videofilie Lauf gehen vom ganzen Land Ne, ja Dass die am Kader von ihren Arbeiten gestorben hast Von den Dachdeckern von daraus Fängt die, die kann doch keine, keine Auszeichnung Ja, und dann, und dann, und dann, und dann, wenn der Pilot, eben vom Fliescher Wann in der Land, gell? Was machen die Leute? Ja, der Pilot, den hat quasi neisch gemacht Null, nahe, das ist nicht Das ist auch schon Wenn der Buschauffer, gell, mich bei den Schöpfchen rausliest Komisch Gut, da tust du gut gemacht Das wir schon bei meinem Bus haben nicht Schlimm ist bei der Geschichte bloß, dass er fiel, dass den Am Pfung auch gut neig schmeckt bei der ganzen Sache Ja Weil der so ein Autopilot, den das jetzt noch da an den Korrigiert, aber der muss korrigiert, irgendwie Ja, ja, ja Ist automatisch gelandet Ja, 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 guck mal, ich fand traurig um die Freude Weil die Kanne halt Das richtig Und das wollen, also Ja, aber wie gesagt, den Tipp da, dem ist direkt der Führerschein Oh, äh, äh, nicht nur die Geführerschein Ich geh doch von oben Ja, war den, ähm Wie sie an der Prisun kommen und auch vier immer sitzen Und alles lange weg, wo Kript Geld müssen Äh, eben dann ein Ixom und, äh Ah, cool, ich wollte es mich nicht auswärts Müssen dann und, äh, vermittelt bezahlen Respektive alles, was dann drüber geht Und eine Wohltäte Stiftung Eber für Wiese kann er Ganz einfach Und die darf nie mehr rauskommen Ganz einfach Zum Beispiel Also für immer eine Prisun, nicht einfach, äh, sechs Mal lebens lang Und dann nur die Schuhe an der Führerschein Nö Für immer in der Prisun Respektiv sogar an Psychi-psychiatrische, äh, Dinge, weil Wann sie besoffer Autos fielst du schon rumnest Und du hast keinen Führerschein, mei Du muss ja ein klang, äh, ein klang Ja, also da musst du wäscht gesperrt gehen, einfach Da warst, äh Du warst ein Gefahr für die Menschheit, Basta Ja, genau Dann darfst du nämlich in der Gesellschaft leben, einfach Weil das war ein Gefahr für sie W-w-wann sie nämlich gesagt, dass ein Polizist, respektiv An dem Falle eine Polizistin Du, woi Dann muss ja schon eine kleine, große Problem Gleif, Maretz, dann muss ja ein Problem Ja, das hat doch geht eine kleine Kante oder so Ja Du hast keinen Sinn Ne, aber es sind eine nerdige Geige, äh, sie selten bei, bei der Strasse zu wenigst W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Ja, aber ehh, äh, äh, äh Ich kann mal nicht mit denen Facebook-Profil-Picture, mit denen, äh, sieben Farben und so weiter. Bis ich das mal kapiert tun, gell? Warte, tu mal da. Ups, ich hätte es mal ein bisschen. Ich hätte es mal ein bisschen. Naja, schön, dass ich dich mal draufkomme. Äh, das ist alles, weil die Homosexuelle ist schon dafür bestürt in Amerika. Nicht so gut. Moment. Wie wird? Also, Prämie hat es ja schon bestürt. Weiß ja. Weil das nicht eigentlich nur ist. Aber ich werde gewischt. Hm? Weil sie sagen, Prämie, das, wo... Ich rede da gut, mir das, wo ich da, äh, voilà. Ist die Prämie, ist mal ein Gesetz, weil ich das schon bestürt. Ja, ja, mir gucken mal. Ich meine, weil das da nicht fortschrittlich ist, wenn der Prämie von einem Land sich besteht. Stehst du? So, ich bin doch die Küche, na, Jürgen, aber. Ah, okay, ja. Ja, kein Problem mit, ich wusste was. Ja, das ist okay, mir. Ja, nein, nein, nein. Was ziehst du mit aus, wenn es nur über dein Facebook-Bild... Nicht. ...die Farben dumm ist? Nicht. Ich dachte, ist sie auch schwul, oder... ...ich fand ich schwul cool, oder ist sie ganz schwul? So, schelte mal mal vier, gell? Ganz einfach. Ähm, weiter, einmal besuchen eine Küche. Wie viele der Küche brauchst du insgesamt? Zing. Zing. Oh, ich mag sie noch nach. Schelte mal vier. Du, ähm, warst du so richtig, dass, ähm... ähm... ein Homosexueller, eine Schwule oder Lesbisch, whatever. Ähm, du hältst... äh, äh... ...de Fendel da hinten, und du gehst erst wieder an eine Kirche. Gell? Und weil Christen etwas dagegen tun, dass du dich als Homosexueller bestätst, und da gehst du alles gut und erschössern. Ja, das ist ein Symbol von, äh, von der Gewalt. Ja. So ist es so? Doch, der Fendel, der hilft so gemacht ab. Sag ich, wie wenn es eben so ein, äh, ein, äh, äh, ein đaiches Fendel dien, hängst. Du, du meinst, seit, äh, buddhiste Stoondentischen, ähm, gespiegelt als Erneuigung gesät? Ja, die, 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 die ... Die kannst du doch nicht nimm, ich komm damit ab. Ähm, Fischehaken? Nee, das ist, äh, aaah... Das ist schon wirklich nimm. das ist doch eh nicht verstehen ja das ist einfach einfach da noch dumm wir das ok das ok ist schon lange verstanden und ich bin doch das ja oder schnell gesagt gemacht genau das alles was für sie über fischer club das war eigentlich für ihr fischer gewirkt resus dieses wo doch wein wasser wein von der tisch kann das so eine schöne klub der genut gemacht ja ich komme als nut jesus war ein guter mann jesus hatte jesus war ein schlüsselkind ich hoffe dass den ausweis der kiberne kreatischen direkt aus antarien kommen wir zu schlüsseln aus show me the way young padawan wie viel preis auf 4 lab Ich weiß nicht. Ja, ne? Ja. Drei, drei, tausend. Das wird gleich passieren. Cool. Neh, aber die Polemik da, dass die Frage auf die Klärung kommt. Ich... Ja, das... Ich habe mich ja... Ich habe vorhin den ersten Film gekriegt, also da gestorben ausfallen. Deswegen habe ich das gemacht, und dann in Norden bringen. Ja, ich verstehe nicht. Wichtig. Ja, und da, das Ding am Mund normal, weil ich nicht stehen darf, wo bist du so, ähm... Ähm... Also, tja... Äh, 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 so... Ne, nicht so Sachen, das fand ich egal was. Und noch die ganze Polemik nach deinem Feierdach, weißt du dann, dann... immer von der armen Frau, oder den anderen Blumen, die war richtig, und, äh, die armen Kan... Äh, äh... Sch... Särisch? Das hat... Sie haben einen Mann, kurz. Äh... An... 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 An Amerika... Da wäre keiner stolz auf jemanden gewischt, weil selbst für das Land gematt wird. Die hast gestorben... Das gestorben für das Land. Die Welt gewöhnt nicht das irgendwie, dass die in Norden kriegt, und so weiter. Die gegen sich dann wahrscheinlich näher in der Schlesienblatt. ja 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 aus der zwischen muss man nutzen auch nicht raus muss nicht nur der fredefeuer gucken oder dass ich noch hier blieb und schräge mittelstatt gehört ich habe es gesagt so geführt so wie eine video gemacht wie das in soziale nötz in das ist nicht die ganzen dach richtig man hat geplant zu kommen und viel geräumt absträmen gewirkt ja du hast nase aber trotzdem man das auch gut von den herr jesus war ein guter mann jesus hatte latschen an du willst hat ich habe einen guten mann jesus hatte latschen an jesus ist alles christ aber ist erlaub sie wird mein buch zu schwarzen das krischen tischte jesus mein menschen und verspürte alkohol mein menschen war das er wieso fernfant ist eine neue erweiterung doch ganz schönes die rechst der peons erweiterung okay das sind ja mal schluss und dann gehen wir nach nix käve morgen mit heute geht doch nicht immer an okay tschüss kowski an habe ein neues day gewünscht tschüss